Mein Name ist Jonathan Späth. Ich bin 14 Jahre alt. Ich spiele auf der 6 oder auf der 8. Meine bisherigen Vereine waren nur der VfB Bösingen. Mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall, mich immer weiterzuentwickeln, so hoch wie möglich mal zu spielen. Und Ziel der Mannschaft ist natürlich der Klassenerhalt.